ok die sind und was du voll ach nee wir machen jetzt Wie viel Bitrate hast du denn bei dir eingestellt? 6500 Das gibt's für mich Doch da Wir sind T, ja? Mhm Yep E-Frag-Close-Stats You must forced buy Buy Smokes, Monotops, Flashes Don't affect you Third never check corners Hä? This is red This is red? Yep The richest player must buy a weapon and drop it in spawn Then everyone buys armor, start a pistol on Fart ratio They normally but make a fart noise before and after your Before and after every call out What's the noise? Fart noise And a top Fart ratio Fart ratio Before and after Also so over and out Fart ratio Fart ratio Fart ratio Geht Geht die Runde los oder was? Ja Ich hab die... Ich hab das jetzt nicht verstanden Was sollen wir machen? Du musst Machen, dann eine Ansage und dann Wiedermachen Fart ratio Fart ratio Ich glaube, das war nix. Okay, nächste Strategie, bitte. B-Side, 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 A-Side. Ach du Scheiße. Was wir kochen können, was wir wollen. Arm-Tag 9, okay? Okay. Also, ich lese gleich nochmal vor. Und zwar, outside, hell, dann ramp, lobby, sweet, outside secret, auf geht's. Also, jetzt mal outside und dann hell. Und dann hell. Auf geht's. Einer steht. Einfach durch, einfach durch. Jetzt hell, hinter mir her, hinter mir her. Einer main, main, main. 50 HP. Ey Leute, hell ist da lang. Lauf, lauf, lauf. Wo ist hell, was ist der? Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Okay, nächste. Get drunk, play Counter-Strike. Okay, nächstes. Okay, die ist klar. Ich hätt doch Whisky da. Achtung, alle Mac-10 kaufen. Und ein Drive-By in der Preferred Bombside, while singing 50 Cent Songs. Und ein Drive-By? Also alle... Alle Mac-10, ja. Alle Mac-10, ja. Und Drive-By einfach nur laufen. Genau. Kann jemand 50 Cent Songs? In der Club? Oder ist das nicht von dir? Ich fahr' den Paragam. Ich fahr' den Kandyshop. Ich fahr' den Kandyshop. Ich fahr' den Kandyshop. Ich fahr' den Lollipop. Ich fahr' den Kandyshop. Ich fahr' den Lollipop. Auf'도on. Ich fahr' den Kandyshop. Ich fahr' den Lollipop. Er ist außerdem... Ich fahr' den Kandyshop, ja. Runter geht's auf B. Los, geht's. Auf' die Rähe. Wo ist der Paragam? Komm her, von links und rechts. Links und rechts, hinten. Und alles weg. I take him to the candy shop. Oh shit. Ja, das hätte funktionieren können. 4 players act as spotters. Spotters cannot kill and they can only call out enemies. Only 1 player with an ARP is allowed to kill. Die ARP-Player ist kill. Spotter can take his place. Scheiße, dann mach es mit der Scout. Auf gehts. Ich mach Scout. Los gehts. Ich bin Spotter. Ich bin auch Spotter. Wer ist jetzt mit der Arbe? Ich kauf alle Granaten. Wir dürfen eh eh nichts killen. Du darfst jemanden töten. Du darfst jetzt nur Gegner ansagen. Und der mit der Sniper darf killen. Komm, jetzt fust du mich erst mal aufs Silo. Ah ja, warte, warte, warte. Aufs Silo. Wo ist da kommt einer? Push, push, push. Nein, 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 nein. Facke, Alter. Immer noch hinten einer, der pusht immer noch. Kann man knifeen? Nee. Du darfst keine Kills machen. Der hat mich jetzt. Zwei. Zwei kommen. Das ist schlimm. Schön. Die kommen, die... T spawnen, T spawnen. Auf gehts. T spawnen. Jawoll. Hier oben kommt einer durch den... Hier kommt einer raus. Durch die Vance. Vance, 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 Vance. Komm schon. Willi. Schade. Du Lappen. Jetzt muss ich ihn erhöhen. Ja. Der letzte war WP außen, ne? Ja. Wo ist der Scout? Ja. Hier haben wir. Ja, jetzt nicht die Scout liegt da oben drauf. Das ist Seele, das ist Seele, das ist Seele, das ist Seele. Sie da drauf? Ja, unten. Der ist auch schon gepackt. Er da? Nachwarten. Ich hab halt leider keine... keine Sniper. Boah, hier hat ne Sniper. Natürlich steht er genau da. So, weiter gehts. Sorry, sorry. You can only fire twice, then you must reload. Aber egal mit was für einer Knarre. Ja, egal mit welche Knarre. Oh mein Gott, ich nehm die Shotgun. Ich auch. Ja, das ist für echt ne Idee. Kann man Waffen wechseln? Man darf Waffen wechseln auch, ne? Und dann nochmal zweimal schießen. Dann nehm ich die Diegel. Der Foul. Diese Strat ist so geil. Radios gesmoked. Kommt. Nachwarten, nachwarten draußen. Fuck. Oh nein, ich hab schon beides zweimal geschossen. Nein. Ich komm raus, ich komm. Draußen. Oh, er hat einen Hit gefressen. Papier. 30. Nachwarten. Ah, einer ist Türen rein. Einer ist, äh... Die nächste ist so geil, Leute. Ich könnte mal nach A gehen und planten sie langsam, oder? Ähm... Was auch nicht. Ah, schade. LPs, kannst du bitte eine Folge nur aus diesen Strat-Relatingern machen? Mach ich ja. Ich mach das sowieso dann, äh... Leute, die nächste Strat. Und... Spiel die Runde mit deinem Kopf als Mauspad. Was? Fuck. Jawoll. Okay, das wird geil. Oh, das ist jetzt alles. Hast du Facecam? Ja, hätte ich aber, mach ich ja. Ich müsste meine Zielmaske aufziehen. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ne, es geht... Ich glaub, mein Mauskabel ist nicht lang genug. Scheiße. Ich fand dein Wunsch, ey. Ich könnte mein Knie nehmen, warte mal. Ne, das wird aber... Alter... Das ist so untrauig, Alter. Oh Gott, das zittert auch wie... Alter, Gott. Nein, 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 nein. Ja, weg. Okay, das hat sie erledigt. Leute. Kannst du voll abtippen, Junge. Ich konnte nicht mal zu schießen, ey. Komm, Asha, du kriegst... Oh, ich hab sogar einen 53 und 2 gegeben. Ah. Wie schlecht. Five men scout firing squad in mid. Oh, allein da. Was? Also alle in Mitte und alle scout und alle hintereinander stehen. Genau. Und nebeneinander stehen. Alle scout, nur scout, nur scout, alle in die Mitte. Okay. Die Mitte ist wieder. Ja. Da alle hintereinander stehen, ey, ne? Ach so, klar. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Da kommt die Flash, scheiße. Da kommt die Mauer vor. Da kommt die Mauer vor. Da steht schon einer. Da steht eine Awe und links steht eine Mauer. Und da ist noch einer. Ja. Läuft. Okay, jeder Spieler kauft seine meistgehasste Waffe und gibt sie einem Team-Mate. Okay. Oh Gott. Oh, das ist krass, Mann. Oh, kack. Ich kann mir keine Ne-App leisten. Warte. Ich dropp hier. Ich dropp dir die Ne-App. Scheiße. Das ist ein Duel-Burries. Eine liegt schon. Also, meine liegt auch hier in der Glock. Ich nehm die Sauna. Ich mein, ey, die Duel-Burries hab ich gemacht. Ich hab die Duel-Burries. Ich hab die Duel-Burries. Oh, Mann, Alter. Video-Pusht. Mitte-Pusht. Hinter uns. Jupp, läuft. Deine Dreckswaffe. Okay, das komplette Team bewegt sich in einer Formation. Drei vorne, zwei hinten. Und wir dürfen überall hingehen, aber wir dürfen nie die Formation aufbrechen. Okay. Und normal kaufen aber jetzt. Ja, auf geht's. Okay. Wer geht wo? Ich geh vorne, wir drei hier. Auf geht's. Dann mach ich den letzten. Mach vorne die Spitze, okay? Gut. Okay. Was für eine Formation seid ihr glatt? Ja, aber es sind Soldaten. Außen, ja? So. Los geht's. Los geht's, drei Leute. Auf geht's. Okay, auf geht's. Squeaky, squeaky, squeaky. Zu dritt. Los, 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 los. Von hinten, von hinten. Von hinten, von der Seite. Da ist noch einer in der Garage. Oh, ne Arbeit hier. Zwei. Zwei. Noch einer hin. Okay, nächster. Auf geht's. No matter what. Unless you actually kill them. Whenever you see and shoot an enemy. The normal call out. And say. He's lit. Was? Was he's hit? He's lit. He's lit. Also jeder Call out. He's lit. Oder? Ich habe sie. Ich habe sie. Habe sie. Ich planke auf lit. Ich planke auf lit. A. Lit. Dafür kommt wieder lit. E. Lit. Ja, lit oder? Lit. Lit heaven? Oh, nee. Oh, lit. Ja, ich habe ihn lit. Rhodes, Sie testen! Bitte dann. Is locked. Nice! Spin to win! Wenn du deinen Offensive gesehen hast, kannst du mit einer 360spin machen bevor du directement Okay! ok soll das denn gehen? Eigentlich müssten wir alle abendspielen, oder? Vox, ich booste dich, ok? Ja 360 no scope, los! Wie soll ich denn eine 360 Grad Drehung machen, Junge? Voll mit deinem Mausbild Ne, ich habe ein neues Mausbild Dein Forehead? Ja Das ist 360 Forehead Oh, 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 oh gosh Es ist 360 Oh, uh Oh, oh Da ist dein Gegner schon weg Aber wenn ich ihn immer sehe, oder wenn ich ihn einmal sehe? Wenn ich ihn einmal sehe Ach, oh ich hab den 360 lang bei ihm angefangen, da war er tot ich kann mich doch nicht mal drehen, dann bin ich weg oh man nein wo ist der? mit der AK einfach durchfallen, oder mit der Küsse wo sind die? ja rechts, rechts das ist Radio gewesen go box, easy er hat 360 vorher, oh man das nimmt, das nimmt, das ist ja los geht, jetzt ist keine Zeit das ist ja auch ein P-Rap, sonst haben wir eine A-Rap die haben eh genug Geld zum Kaufen ja die haben eh genug Geld zum Kaufen ja das ist P-Zero, wenn du Streams genau dann ja das ist P-Zero, ihr dürft euch nicht bewegen okay, blau geht zum Lastwagen vor grün, du gehst oben aufs Dach gelb, du gehst äh, zu den, zu den was sind das? rohren da hinten ich sehe nichts komm mal mit gelb, komm mal hierher komm mal äh, lila hinten zu der Kiste einer ist außen zu den hier genau zu dem ja ja, schließen äh, lila zu den, äh, zu der Kiste vorne da hin bewegt sich zu viel geht denn ab so, genau, blau ja, da kommt ein Gegner blau geht da auch zu der Kiste, der hat mich hat 35 gefressen ja, ich kann ja noch weitermal ich kann euch ja noch sehen ja, ja, stimmt kannst du besser Befehle geben das stimmt, ähm alle an die Kiste gut, dann geht mal zur nächsten Kiste weiter blau und gelb grün so, grün geht mal, ähm durch Pommes naja lauf einfach mal durch Pommes genau sind wir in der nächsten Container äh, einer lila hinterher da kommt was, da kommt was genau, grün hinterher auch zu Pommes na, 10 gewohnt aber Akbar komm, 10 Sekunden ich steh okay na, hätte klappen können ja, wow, die Ansagen waren gut ey, Leute, wisst ihr, was ich diese Runde gemacht habe? ja, ich kenn halt den Call of the Lord nicht so ganz ja, immerhin okay, jetzt ich hab 50 Gold was ist das nächste? ach so, ja, ähm wir dürfen nur jemanden, äh schießen, wenn er uns zuerst angeschossen hat oh, okay jetzt haben wir flut alle Aare, das wird lustig also, auf uns, auf uns geschossen, ne also, er muss nicht treffen echt jetzt? ja oah kacke, oder? das ist bitter, alter wenn's nah ab ist, dann hast du Pech ja, dann hast du verloren wo ist mein AK? keine Ahnung ja ja weil, komm, äh, outside mit P90 ah, ich hab verknackt ja was machen wir dann? ja, Vox, du hast nur noch neun Leben, das ist, das zählt auch an das ist in Ordnung das ist Gott, ist das ne Scheiße, ey, ernsthaft da ist die Aare nein er hat auf jeden Fall zuerst geschossen, danach erst geschossen okay okay wir, äh, wir dürfen nur Kits von hinten machen okay oder wir können das nächste spielen, das ist you and your teammates are only allowed to one tap with your guns ja, das ist gut also nur tap for nur tap for, ja, okay eigentlich alle Aare spielt auch immer ja, nehm ich, nehm ich Punk an muss mich losziehen ich bin viel 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 für die letzte Challenge hab ich was, ok okay, dann einer ist der Rache mit Aare? ja, ja achso, man darf nur, ach ne one tap for, ja so ich wollte, einer hat seinen Maid up geknallt voll gut hat auch was, ja Hat was für mich. Okay, das nächste. Jedes Mal wenn jemand, also wenn ein Irgendein Noise ist, müssen wir Schhh im Chat sagen. Okay. Was, wenn im Chat ein Noise kommt? Nein, also man irgendwie. Wasser. Was müssen wir machen? Schhh. Schhh. Ja, Schhh. Oder, ich glaub schreiben, also hier steht Say, Schhh im Chat. Achso. Ich weiß nicht, ob das schreiben oder... Ja, komm. Sache. Mal wenn ein Ganschat ist oder so. Keine Auszeit. Das hat mich. Okay. Ja, das ist nur minimal behindert. Jetzt sind wir AT jetzt. Achso, jetzt sind wir AT, schade. Weil die Zeit war eigentlich ganz cool. Wir hätten jetzt alle aufs Silo gemusst. Dann Marshmallow runterspringen. Also hier, A-Main. Und dann runter. In Benz und dann bei CT. Okay, CT. Turn your headset so that you can... Earcup is over your mouth. One earcup is over your mouth and the other one is on the back of your head. Speak in Bains accent and using WhatsApp. Ach du Scheiß, also warte mal. Du sollst wie Bain sprechen. Wie Bain. Hörst du jetzt ja gar nichts. Alter, das geht mit dem Headset überhaupt nicht. Das kannst du leider echt knicken. Versuchen wir das einfach mal so. Alter. Das ist jetzt ja irgendwie überhaupt nichts mehr. Bomm es hier, Bomm es hier. Einer, Mensch. Vielleicht mal hochdrehen sollen. Komm, drück hier runter. Dann können wir es noch auszunehmen. Ähm, hier. Helm, Helm. Helm, Helm, Helm. So. Hey. Okay Leute, Achtung. Jeder muss eine SMG, eine Pistole und eine Granate kaufen. Wir dürfen aber nicht die gleiche Pistole oder die gleiche SMG beharmen. Okay, ich nehme die Beißen. Piep die Und jeder noch eine Pistole, aber nicht die gleiche. Ich habe eine Technologie, ich bin safe. Ich nehme Dessert. Okay, verdammt. Das ist eigentlich ganz geil. Haben wir von jeder eine. Oh, Main? A-Main? Ne, Ramp, Ramp. Zwei gehen runter, Ramp. Einer von zwei. Ja. Einer Main? Geht A. Oh mein Gott, zwei auf A. Also O. Einer geht Heaven. Einer geht Heaven. Einer geht Heaven hoch, ja. Okay, mein ist weg jetzt, okay? Okay, nächster. Nee, ich mach. Ach, das war's jetzt, oder? Ah ne, ne. Jeder hat seine Empfindlichkeit auf 100. Was? Maus Empfindlichkeit, ja. Wie geht das Sensitive? Maus? Sensitive. 100? Auf 8. Also 8 ist bei mir das höchste. Was? Bei mir ist auch 8 das höchste. Ach du kack. Was geht's? Oh, das geht. Wie geht denn das? Slash Sensivity oder was? Oh mein Gott. Wie ist denn der Befehl dafür? Sensitive, ja. Sensitive, ja. Sensitive, ja. Kann damit was gehen. Wow. Alter, damit kannst du doch nix machen, ey. Oh. Scheiße. Weeho, ich kann nicht aimen. Alter, damit aimst du ja. Alter. Der Rick hat's doch easy 360 machen, Junge. Ich kenne hier nichts mehr. Ich hätte den Slash vorher weglassen sollen. Oh, scheiße. Achtung rechts. Ja, ja, ja. Sehr gut. 80 an. 80 mit 4. Ist alle D-Rank. Das wär so nice. Das wär so bitter. 11,17 Stats. Aber Sorg, du hast genauso viele Kills wie normal. Wie sonst auch gemacht. Vielleicht mach ich ja selber immer die eigenen Strategien. Jaja, der macht das halt so. Ich hab ein Disconnect bekommen. Ja, ich bin noch kurz nochmal frei. Ja, ich auch. Das ist aber ganz geil. Aber ich muss erst mal meine Maus wieder umschieben. Hab die natürlich. Ich bin erst mal raus, Jungs. Für heute. Ja, ich bin noch erst mal raus. Ja, gut dann. Bis dann. Alles klar. Alles klar. Jo, war cool. Hat Spaß gemacht. Macht's gut. Bis nächstes Mal. Ja, tschüss. Genau. Ciao, ciao.